hallo und herzlich willkommen liebe gaming freundlich hier wieder euer guti mit einem let's play ghost week in wildlands und letzte folge habe ich gut versammelt ich sag nochmals soll ich dafür echt er geht so ein blödes fass hoch und ja das war mit dem alarm ja da war jetzt ein doof gelaufen aber ich dachte mir ich hätte es ja machen können nein ich kann den alarm alarm ausgeschaltet man hat das gedauert sorry das knie reicht manchmal wenn es weg ist dann doch weh ich guck mal kurz bei der drohne ja macht mal weg die drei hab da doch noch okay okay der hat explodiert alles voll mit sniper die haben es ja auch nicht anders verdient dass ich sie richtig schmutzig besorge mit meiner sniper da oben irgendwo wird noch ein typ sein guck mal wo der ist hier ach so da ist nur eine minigun ich höre definitiv ein helikopter guck mal was hier in die richtung noch kommt hier da muss ja noch was am pack sein da kommt ein auto gefahren da muss ich noch mal gucken da ist noch irgendwas ich habe keinen bock dass mein gewerkschaftstyp hier wieder sofort den flattermann macht nach der herrnach schütze ja das ist aber der einzige der uns noch interessiert das auto hinter uns glaube ich kann ruhig ignorieren ja falsche richtung geguckt mein junge einfach in die falsche richtung geguckt sind sie solidat wir holen sie raus folgen sie mir wenn sie leben wollen was wollen sie von mir amerikaner sind sie die cia wir wollen helfen ja ja blablabla das ist mir klar aber so oder so wir stecken schon mittendrin sie brauchen uns aber vielleicht verstehen sie ja dass wir ein gemeinsames ziel haben ich denke darüber nach soweit waren wir dann also am ende der letzte folge auch hey sowas blödes ey da habe ich aber so ein da habe ich das rote fast da und bämm ist er dauernd ich habe mich so ein bisschen verarscht gefühlt ne ich trau mich jetzt da kaum dass ich die dinge da vorne durch so ran rauschen hey aufgepasst da ist eine straßensperre ja 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 wir haben sie aufgescheucht aufschüße komm ich da durch irgendwie okay alle leute ich habe das erst mal eine straßensperre gesehen im spiel deswegen so erst mal hier kleinen umweg nehmen wir haben jemanden abgerüttelt naja machen wir gleich ja komm wir sind hier aus auf der karte ja ja genau da schwimmen wir einfach rüber was passiert da 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 ich habe ich habe ich habe ich habe ihr Hey, da sind Feinde. Ja, die ignorieren wir, aber weil die ignorieren uns auch. Jemals habe ich das gerade beschlossen. Schon echt cooles Game. Kann mir mal irgendjemand verraten, warum ich das so wenig gespielt habe? Nee, nein, er bleibt da nicht da drüben wirklich stehen, ne? Der schwimmt nicht. Warum ist denn das Schwimmen doof? Mal gucken, bleibt da stehen? Ich habe ihm jetzt nicht gesagt, er soll stehen bleiben, weil dann könnte ich jetzt... ...zurück über die Straße und würde ihn da abholen. Auch nun mal ein Auto. Die Helikopter da, die machen mich auch nervös. Ich denke mal, der bleibt da stehen. Wenn wir die Helis runterholen? Ich weiß nicht. Wir können jetzt die Straßensperre aufräumen, solidal abholen. Ist das gerade mein Plan? Ey, wie gesagt Leute, also so einen Scheiß habe ich noch nicht. Das Ziel ist zu weit entfernt. Oh, leck mich. Ey komm, schnell, schnell, schnell. Go, 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 go. Ziel verloren. Einsatz fehlgeschlagen. Ach, leck mich an eine Füße, ne? Jetzt mal ernsthaft. Gut, ihr lernt das Spiel kennen, ja. Und seine kleinen Tücken. Wie gesagt, das ist halt, ist einfach natürlich die Geschichte. Das war ja halt vom Befreien und ja alles okay. Einmal die Sache, gut, kannte ich natürlich noch nicht, dass, ähm, na, wie heißt sie jetzt? Dass die, so ein Explosionsfasser gleich sofort meine Geisel umbringt, äh, meine Geisel, meinen Typen, den ich befreie. Das war einem einfach nicht klar. Und jetzt, das mit dem zu weit entfernt, ist natürlich auch scheiße. Hier ist natürlich dann wirklich doof gelaufen. Naja, genau. Wir haben sie. Die ist jetzt auch gut wieder. Ah, immer noch ein scheiß Stördruck hier irgendwo, um ecken. Nein, den krieg ich nicht von hier. Ach, schade. So, das passt schon relativ. Na, hinter mir, ne? Hinter mir irgendwie. Scharfschütze, weiter mit dir! Von wo nach wo war ja rote Balken? Von wo nach wo war ja rote Balken? Na, schade. Oh, ne, hinter mir. Oh, ne, hinter mir. Na, komm mal, ein Kabota. Okay, das passt auch. Okay, das passt auch. Aber wie gesagt, wenn wir ein Befreit machen, wäre es ja easy peasy, sag ich mal, ne? Hm, wo ist er? Hat er denn schon weg da oben auf der Ecke? Ne, na, ich dachte eigentlich nicht. Es ist Alarm. Der Alarm ist raus. Es wird keine Verstärkung einfliegen. Einer muss noch irgendwo sein. Da leuchtet es noch so Lilla vor sich hin. Hm. Sind Sie Solidar? Wir holen Sie raus. Folgen Sie mir, wenn Sie leben wollen. Was wollen Sie von mir, Americano? Sind Sie DEA? CIA? Wir wollen helfen. Ich will keine Hilfe. Diesen Kampf muss ich kämpfen, verstanden? Das ist mir klar. Aber so oder so, wir stecken schon mittendrin. Sie brauchen uns. Und welchen Preis zahle ich dann dafür? Gar keinen. Aber vielleicht verstehen Sie ja, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Ich denke... Arribana. Schafschütze in Deckung! Granate! Granate! Voll in Deckung! Hubschrauber! Ach, Mann! Jetzt wird es aber irgendwie gerade zu doof. Ich war gerade noch überlegen. Ich denke, jetzt muss ich aber meinen Typen in Sicherheit bringen. Also, die zwei Helikopter kommen noch auf jeden Fall. Die muss ich runter holen. Also, ihr könnt mir gerne schreiben, was ich hier gerade alles falsch mache. Läuft gerade irgendwie... Schade, weil eigentlich so ansonsten mache ich es ganz okay. Macht mich jetzt nicht glücklich, aber... Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Soll er das verfreien. Ja, eigentlich gar nicht so schwer, wenn der Müll nicht im Weg wäre. Ja. Bleib zurück. Der Tango könnte nicht sehen. Ich sehe ein Schafschütze. Tango hat den Schuss gehört. Ah, Mann. Ich muss erst mal die Helis... Oh, ja. Da war er noch irgendwo. Ich muss dann erst mal die Helis entsorgen. 3 für Tango, четыre. Tango? Tango. Tango. Habt ihr den? Ne, hatten sie nicht. Man, alles muss man sich selber kümmern. Wann. Ja, ja. Wann. na gut den haben wir aber er ist aber schön aus wie er sich zurück rückwärts hinsetzte der sitz der blöde aber waffenwechsel fast zu lange gedauert markieren Oh, wo ist denn hier noch das lila Leuchten? Da hinten? Ja, nee, ne? Egal. Okay. Ach. Na, wo ist der denn? Ich schieße aber gar mal so grob in die Richtung, dass er so reicht. Dass er schon irgendwas explodiert, aber er explodiert nicht. Oh, ja, ne? Gut, ich bin nicht glücklich hier so langsam. Da kann ich dieses Luftabwehrgeschütz benutzen. Geht da irgendein Kabel irgendwo hin? Mal mal dieses Rote hier. Nach da. An den Generator oder was? Da seht ihr halt, das ist halt diese Sache, wo ich immer so ein Kackbum bin, wo ich es nicht weiß. Kann ich so ein Geschütz benutzen? Ja oder nein? Also das Kabel geht hier nur so im Kreis, ne? Und dann... Ja. Ich glaube nicht, ne? Dann würde ich gerne die Helis mit runterholen. Halt! Was war... Nee. Kann ich nur die Waffe wechseln. Achtung gegen die, die da auf dem Boden liegt. Ich würde das gerne benutzen für die Helis. Geht wohl nicht. Okay, das geht auch nicht. Wollte ich nochmal wissen, ne? Granate kommt. Ja, war klar, die Scheiße geworfen habe ich auch gesehen. Ich gucke gerade, wo ich es hier... Granate fliegt. Nehmt das. Naja. Sind Sie Solidarität? Wir holen Sie raus. Folgen Sie mir, wenn Sie leben wollen. Na, so geht es doch viel besser. So, jetzt würde ich gerade mal wissen, ganz kurz, ob die Helis kommen. Ey, Level 33, ey. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, noch gar nicht genau, wie ich die Helis runterhole. Wenn man habe ich nicht, nicht hier in den Dings. Wir merken wieder, Goody hat das lang und ewig nicht gespielt und noch nie so richtig. Haben wir denn Sturmgewehr, Maschinengewehr, Maschinenpistole, Scharfschützengewehr, Schrotgewehr, Armbrust. Wir werden uns hier mal mit so einer Dings hier, ähm, na. Flack. Oder besser gesagt, halt eine Dings hier, ne. Ähm, na. Ja, wir wissen schon. Ich komme echt nicht gerade drauf. Panzerfaust verflucht nochmal. Ähm, ne. Leider nicht. Leider nicht. Nehmen wir jetzt Munition auf, Goody. Helis kommen noch nicht, ne. Wahrscheinlich erst, wenn ich ihm sage, er soll mir folgen. Was wollen Sie von mir, Americano? Sind Sie DEA? CIA? Wir wollen helfen. Ich will keine Hilfe. Diesen Kampf muss ich kämpfen. Verstanden? Das ist mir klar. Aber so oder so, wir stecken schon mittendrin. So, wir lassen mal auf die Karte gucken. So, um in das Dorf zu fahren, kriege ich hier gleich eine Straßensperre. Über die Brücke rüber. Dann kann ich doch eigentlich ganz außenrum fahren, wenn ich Langeweile habe, ne. Das mache ich jetzt auch eiskalt. Ich fahre hier ganz außenrum. Und hier über die Brücke rüber. Sie brauchen uns. Und welchen Preis zahle ich dann dafür? Gar keinen. Aber vielleicht versteht sie ja, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Ich denke, darüber nach. Hey, aufgepasst. Da ist eine Straßensperre. So, guck mal, ob das funktioniert jetzt hier. Ich bitte darum. So weit kann es ja auch nicht sein, die nächste Brücke, ne. Da kommt die nächste Brücke, wie geplant. Alles okay, alles okay. Das war diesmal jetzt halt dann das Kaff anfahren, glaube ich, von der Seite, wo alles voll mit Santa Blanca war, ne. Da können wir ja eigentlich auch dran vorbeifahren und dann halt wieder von der sauberen Richtung ran. Mein Gedanke, momentan so. Auf alle Fälle würde ich mal sagen, kriege ich einfach so gefühlt das richtige Fahrzeug mit. Ah, da seht ihr, da sind sie. Wir fahren erstmal geradeaus. Ah, nicht Unidat. Hier sind sie sicher. Okay, das hier haben wir von den Einheimischen erfahren. Major Rocha und seine Leibwache haben sich in ein großes Lager in den Bergen zurückgezogen, um sich dort neu zu formieren. Es heißt, er sei unsichtbar, wie eine Art Dämon. Soviel ich weiß, benutzt er ein Hightech-Tarn-System. Ihn ausfindig zu machen, wird also nicht einfach. Ein Hightech-Tarn-System. Irgendwie muss ich gerade... Wir haben Solidarität zu seinen Leuten gebracht. Ich hoffe, er ist es wert. Glauben Sie mir, das sorgt für gute Stimmung beim Volk. Und Rocha ist so richtig angepasst. Das ist ein Vorteil. Ich muss gerade bei Hightech-Tarn-System, muss ich irgendwie an Metal Gear Solid denken. Mit diesem... Mit der Kiste. In der Kiste verstecken. Oder mit diesem Strauch, mit diesem künstlichen vor die Nase. Gut, das ist das Hightech-Tarn-System. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Mal gucken. Anführer. Ist der Anführer dann auch wirklich hier dieses letzte Runde-Ding? Ja, ne? Das letzte Runde-Ding ist ein Anführer. Das war ich hier. 100% Ja, 5 von 6 einsetzen. Er ist das letzte. Wird schon passen. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weil, wie gesagt, naja... Ja, ich habe wieder ein bisschen was über das Spiel dazugelernt. Ansonsten finde ich es recht cool. Und ich hoffe, ihr findet es auch gemeinsam mit mir recht cool. Wenn ihr es so weiß, lasst doch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie. Ich sage bis dahin.